Und die Aber das würde ich schneller laufen Okay, das heißt, du die Lampe an und dann bei danach die Lampe an Genau Okay Also die Sache ist, dass du auch nur eine Ausdauer hast Wie gesagt, wenn du dann schnell läufst Dann ist das auch irgendwann vorbei Ich muss zugeben, mein Hund war voll ein bisschen verwirrt Weil ich voll am Umräumen war Hallo Komm, 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 komm Gott, 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 Gott Das Viech hat dich angetacht Okay, ist weg Aber siehst du, ist dann direkt am Straßenrand Ja Das ist unser lieber Freund, der uns hier die Geschichte erzählt hat Okay Blinke für dich Joel, bei mir ist auch ein Weg Oh, das ist gut, dann komme ich zu dir Genau, hier ist der Weg Und hier ist die Bärenfalle E Ja, mit E, genau Weg machen Weil sonst tritt Oh Also Ist weg Ich kann mir Jetzt musst du voll laufen, meine Lampe ist alle Ja, ist das jetzt schon Also einmal kannst du hier den Tagbucheintrag lesen Ja Und wir laufen hier auch einfach durch Klar, du kannst auch einfach mal gucken hier Ja, ich guck Aber wir müssen vorsichtig sein Wenn du hörst Dann lauf, 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 lauf Mach ruhig das Hast du es gesehen? Ja, linke Seite Mhm Wie gesagt, das sind die Kleinen Ne? Das hier ist die Wegkabelung Ja So aus mit uns So Also Ich war noch nicht überall, wie gesagt Aber Ähm Ich führte einfach Also das letzte Mal bin ich auch hier langgegangen Das war ganz cool Da hatte ich nämlich eine Wohnung gefunden Da Eine kriegen wir vom Geist Ich finde das war unverständlich, dass du immer noch nicht gestorben bist Das hab ich schon zweimal Leute Tötet ihn Aber jetzt weiß wer du bist Das hatte ich für ein Gerücht Hi Ich weiß wer du bist Aber die Tür ist nicht auf Hab ich ja das Lämpchen gesehen Ja, ja ich sehe auch deinen Lämpchen Ich weiss noch nicht wie du, wie ich ins Haus komme Zeig mal kurz weil mein Land wieder aufgeladen ist Ok Soll ich ihn mal rein lassen? Komm rein Ich war so gar nicht irgendwo hier weil Ich hab hier so herum, ey Bis wir wieder zur Tür kommen, ich weiß gar nicht wo er jetzt liegt. Komm einfach raus. Ja, ich guck ihn noch einmal kurz ab. Ich bin hier bei einer der Türen jetzt wieder, aber... Ist hier irgendwas? Nee. Das hört sich jetzt so crazy an. Ich bin ein Screenshot von hier. Oh ich höre eins. Ich höre eins. Da ist er, da ist er. Da ist er, da ist er. Aber hier soll irgendwo so einen Hinweis geben. Genau hier. Aber ich sehe ja nichts. Ah hier. Okay. Ach hier die Mecke noch. Was ist warum, dass ich eine Apfel fest hatte? Das ist ja crazy. Okay, jetzt muss ich nach oben. Und den da lesen. Okay. Hallo. Ja, warte. F12. So. Du siehst aus wie ein Barbie-Kopf, den man auf eine Spinnfigur drauf geklatscht hat. Okay, bin wir weg. Oh Gott. Sieht ja nicht toll aus. Hallo. Oh Gott. Oh oh. Oh Gott. Oh Gott. Und da gibt's erst mal einen Applaus von der Tiara für unseren Puntel-Lock. Aber ich habe lange überlebt. Hilfe den Freunden 0. Status tot. Jetzt warte mal kurz. Bevor wir hier anfangen. Jetzt sind sie neugierig. Fisch, folg dich. Du bist tot. Bin ich tot? Nein, ich bin nur betäubt. Spritze, 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 Spritze. Ja, bin hinter dir. Ich folge dir unauffällig. Mein Hund hat auch nach wo das große Tor ist, genau. Genau. Wir wollen hier nicht sein an diesem Tor. Ich finde es dann. Äh, hier vorne war im Weg. Hm. Vor dir, vor dir, vor dir, vor dir! Ja, das ist so ein kleines... Ja, egal. Was, wie soll ich töten? Wollen wir da ran? Lang oder nicht? Ich glaub schon. Ja, müssen wir glaub ich noch. Ja. Dann töte es. Tot. Ah, ah, jetzt hab ich das Gelbe immer noch. Vielleicht die irgendwo unten. Ernst. Das kannst du haben, aber... Ja. Okay, klar. Oder ist der tot? Oder lebt? Ich weiß es nicht. Er lebt! Macht der denn überhaupt was? Macht der denn überhaupt was? Ja, macht der was? Soll ich's ausprobieren? Äh, kannst du... Kannst du, musst du aber nicht. Warte, warte, ich nehm die Waffe. Ja, es macht was. Ich weiß, ob ich den getötet habe. Sein... Sein Podex hat geleuchtet. Sein Delikt. Oh Gott! Au! Unbetäubt! Enemy down! Unbetäubt! Unbetäubt! Warte, du bist dabei. Warte, du bist dabei! Stupps! Denk mal auf. Schönen Sie Space! Ah, ich hab irgendwas von Space gelesen. Ich sollte zurück spüren. Oh mein Gott! Eeh. Was anderes spielen? Aber anscheinend ist es immer noch das Feche, oder? ich weiß nicht gibt es denn schon mit helikopter und das andere ja jetzt geht sie anscheinend in der spielanleitung steht das ja auch rettung mit der lastaufzug um brücke zu besiegen von der sie gefallen sind müssen den aufzug benutzen und neue sind einbauen dann die rettung mit dem hubschrauber und der rettungshubschrauber auszurufen also anzurufen den müssen wir dann halt rufen müssen sie den generator auftanken die fehlenden sicherung am funkturm installieren und dann ss signal geben und dann gibt es also können wir uns natürlich auch selber zur aufgabe machen ob wir das machen so da müssen wir halt erst mal den generator finden auftanken und dann gibt es halt die rettung mit dem motorboot um auf wasser zu retten müssen sie am motorboot ein motor und mehr kraftstoff kann es dafür dann vertreibung der dunkelheit und die dunkelheit zu verbannen musst du allen moni lot monolithen finden den alten monolithen ich glaube die haben wir schon gefunden der tief unter der erde versteckt ist er wird von schergen der dunkelheit unterstützt die mit einer leuchtpistole getötet werden müssen das sind die dinge die geht immer zu den leuten die gras bei sich haben das voller drogen jetzt habe ich dir die alkoholfreie margarita mal hingestellt also die ist noch zu aber schnüffelt jetzt dran als wäre das bier wahrscheinlich ist er voll zucker drin oder so alter verpiste ich gehe doch ältert weil die muss ja schon immer es drin sein wenn sie so hier steht auch mal eine kiste ist sie drin ich sehe eine kiste ich habe kiste gefunden ich habe mir nicht auf den druck dicker hässlicher bevor dann muss aber das schiff glaube ich sein also ich komme mir vor wieder ein haustier der nette begleiter hier komme ich rein ich war zum boot überschwimmen wie sie kann das ich hatte niemand gesehen ich guck mal hier so drumherum sonst was ich so zu ich habe das boot gefunden ich habe das boot gefunden ich habe das boot gefunden hier bei mir siehst du mich weißt du wo ich bin ja ich sehe es bei dem stream es ist da wo der typ war ich versuche gerade mal wieder rauszupfen ja wenn du bei den steaks bist ne siehst du das in meinem haus warst da ist auch licht drin deswegen habe ich das gefunden ich bin zum licht gegangen du du böse hexe geh mal weg du störst hier du brauchst das gar nicht verteidigen nee das warst du nicht verteidigen hat funktioniert hat sich vom acker gemacht das weg gut hat auf mich gehört ich frage ist wo bist du ich habe ein leben gefunden ja auch bei den steaks ich sehe dich aber nicht ich bin da wo das schiff untergeht also aber das schiff untergegangen ist diese eine weise wurde für so drauf zu kommen ja wenn du da rauskommst ja kommt man da mal wieder raus finde ich bin das genau dann machst du mal lampe aus lampe aus da bist du hast du mich gesehen? ne ich hab mal auf den stream geguckt du scheinst weiter weg zu sein ja ich glaube auch hier sind ein bisschen die viecher alle bei mir und so da bist du hier so leben da lampe äh da da ist das leben ja boah das boot ist genau hier oder? da siehst du mich? ich bin das noch beim leben hier achso ne zurück hier warte ich komm zu dir hier hinter dir also ich finde es ist eine gute zusammenarbeit da in diesem haus ist das boot da das boot doll jetzt brauchen wir den generator und sonst nicht genügt motor ja motor finden ok schau mal wo das boot ist schau mal schön da spielt er mein spiel ganz alleine ich kann dir das zuführen ich kann dir das zuführen hast du oh ja das ist jetzt echt grad mal bewusst geworden ne auch wenn ich ein netter begleiter bin sicherung habe ich schon wieder alle drei wir können wieder mit der sicherung abhauen schon wieder alle drei sichern? entschuldigung ich habe vier sicherungen er dagegen spielen oh wieso sucht die? es ist ja nicht heute diese sechs stunden gewesen wenn man bedenkt dass er das heute das erste mal spielt und irgendwie besser darin ist als ich nervt das total oh Oh Gott über dieses Rausch entschuldigung Hi Nein! Shit, lauf! Das Scheißpferd hat uns verraten, dieses Mistvieh! Du blödes Pferd! Nichts klingt pferd, aber du blödes Pferd! Wo bist du? Warte! Oh mein Gott! Ich bin eine Spine! Du blödes Pferd! Wo bist du denn überhaupt? Äh, hüdonnt! Oben, vorder! Scheiße! Ja, wo bist du, glaube ich? Das ist wirklich übelst! Du-du-du! Du-du! 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 Ja. Aber Eileen hast du noch. Komm, das kriegst du hin, wenn es den Motor ist. Warum sind denn hier so? Das ist jetzt der große... Oh, ich hab den Eingang gefunden. Glaube ich. Ich hab den Eingang gefunden. Wow. Ohne Waffe. Vielleicht kann ich sie jetzt abfackeln oder so. Ich hab keine Ahnung, wie ich hier hingekommen bin. Mal. Hier liegt sowas nützliches. Wir sind was. Es ist natürlich laut hier unten. Sie sind da. Oh, das ist aber ein großer Tunnel. Aber wir wollten doch gar nicht in den Tunnel. Wir gehen lieber raus, oder? Ja, am besten. Also du kannst natürlich versuchen. Problem ist halt, du musst sie wieder töten. Und sie töten kannst du nur mit diesen Waffen. Und ich habe nur ein einziges Leben. So, würde ich sagen, nein. Interessanterweise, dass ich jetzt die Mine finde. Ja, wenn wir sie nachher irgendwann mal wiederfinden wollen, wenn wir sie wieder zocken allgemein, dann ja, wo ist das? Die sexy Stiffler. Was ist sexy? Es ist da, wo... Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Uli, Uli. Ich weiß keine Ahnung. Uli. Ich habe gar nichts hier geklaut. Ejo, Ejo. Warum gibt es denn hier keinen Dings? Ah, da waren wir schon. Wie geht lieber diese Brücke? Ich hatte das Gefühl, eine ganz neue Welt hier zu entdecken. Vielleicht gab es das ja auch vorher gar nicht. Denkst du? Da habe ich freigeschaltet. Die Spritze musste ich auch erst freigeschalten. Gewicht sich das? Das ist ein Rahmen. Oh, guck mal. Ich habe was gefunden. Da ist mein Motor. Lol. Ehrlich? Ich stopfe mir den immer mal so in die Tasche. Ja, cool. Da kann ich jetzt wohl abholen, wa? Ab zum Boot. Guck mal, wo oben ist. Ich bin total oben. Und muss da runter. Aber wo bist du? Ich bin da oben. Ganz oben. Boah, du darfst ja komplett einfach außen rum. Oder durchs Wasser. Ja, oder durchs Wasser. Aber ich würde dir raten, außen rum. Wenn du aus dem Wasser wieder rauskommst, dann hast du dich so verwachsen gehe. Das Risiko. Muss ich jetzt eingehen. Also das mache ich auch immer oft. Ich gehe auch in den Baumarkt und nehme mir mal so einen Bootsmotor, die in den Hosentaschen mit. Das Boot muss ich jetzt, ich muss jetzt zum Boot noch kommen. Dann habe ich das geschafft. Sicherung, ich brauche doch noch Sicherung. Ah ne, ich habe eine Sicherung. Reicht eine Sicherung? Das weiß ich nicht. Brauchst du überhaupt Sicherung? Ja. Okay. Aber hier war noch ein Weg. Vielleicht sollte ich hier lang gehen. Vielleicht findet sich hier noch was. Außer Stimmen. Außer Stimmen. Was kleines erstmal oder was großes gleich? Also Street House, Tanglewood Street, Asylum oder... Ja, lass erstmal was kleines machen. Mal gucken, wie unsere Zusammenarbeit so ist. Wählen, ne? Wobei ich bin ja jetzt schon einmal nicht gestorben. Ich schreib eigentlich relativ selten. Es geht eigentlich. Oh, bitte kriegen wir keine Jagd. Immer. Das ist immer so eine Sache. Immer. Ich bin schon drin. fertig bist. Mit den, äh... Mit den, äh... Dings. Und dann hast du einen Geist, der richtig... Langsam an dir rumnuckelt. Das bleibt ein Geistzuschneid. Und dann hast du aber... RUMNUCKEIT! Ich stelle bei dir, nur können die Geister an dir rum. Okay. ACHE okay best of my highlight für heute bei ihm nur gegen die geisterung ich brauche jetzt mein antinuckel räumer das nehme ich jetzt mit das ist ein genuss für den gaumen aber auch für den abgang zwischendurch bitte noch dafür die kamera anders stellen damit wir das auch beobachten können von außen das muss ich mir werken das muss nachher auf jeden fall geglückt werden so so Mal sehen.